Hallo Leute und herzlich willkommen zu WeakCast Nummer 2. Ja, das Ganze wird erstmal fortgeführt und ich werde erstmal wieder ein bisschen darüber reden, was mich diese Woche beschäftigt hat, worüber ich nachgedacht habe und was so diese Woche passiert ist. Ja, dazu wie immer zum Anfang gucken wir jetzt nochmal meine Uploads an, was ich diese Woche hochgeladen habe. Das fängt natürlich an mit dem WeakCast, oh wer hat es gedacht, letzten Montag. Danach kam ein bisschen Armored Warfare, ich habe einen Uploadplan hochgeladen, zu dem werde ich auch gleich nochmal was sagen mitten im Video. Aber bleiben wir doch erstmal wieder bei Armored Warfare als erstes Thema. Ich weiß, einige werden jetzt einfach sagen, boah schon wieder, hatten wir letzte Woche doch Ausstand, aber ja, ein bisschen drüber reden möchte ich dann doch noch. Also, kommen wir nach anderen Themen, keine Angst. Zu Armored Warfare sei erstmal gesagt, ich bin mittlerweile bei Tier 5 angekommen, das ist der Chief Dain Mark V und auch schon quasi den Leopard 1 A5, den müsste ich mir noch kaufen. Ja, teilweise kann man jetzt von PvE tatsächlich einige, also die Matches werden deutlich schwieriger, umso ein höheres Tier man erreicht. Das Gefühl hatte ich mit dem MBT-70 noch nicht so krass, mag daran liegen, dass der Panzer relativ stark ist. Das Balancing ist ja gemein so eine Sache, viele Panzer sind einfach im Moment noch viel zu stark und einige zu schwach, aber das ist ja auch logisch, das Spiel ist immerhin gerade erst released worden. Da kann man irgendwie noch nicht so von erwarten, dass das schon hundertprozentig ausgereift ist, deswegen, die bringen ja auch jede Menge Patches noch raus. Was das Erfahrungs-Earning angeht, ist es eigentlich ganz in Ordnung, wenn auch vielleicht ein bisschen langsam, aber es geht. Es geht. Was allerdings die Credits angeht, müssen sie definitiv mal ein bisschen was nachschippen, haben sie auch schon gemacht. Sie haben zum Beispiel die Ammunition-Kosten und die Repair-Kosten um durchschnittlich so 30-40% gesunken, war auch wirklich notwendig. Ja, aber das ist auch schon passiert und es wird halt noch einen kleinen Economy-Buff geben, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest. Also, dass man dann pro Gefecht und pro absolvierter Leistung etwas mehr Credits bekommt. Und das wäre auch ganz schön, das würde dem Spiel auf jeden Fall gut tun. Die Panzer-Liebis jetzt haben, sind allerdings relativ angenehm zu fahren. Ich habe noch keinen gefunden, wo ich wirklich sagen musste, Alter, ist der scheiße. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich den OR-40 nicht so toll fand. Also der ist zwar nicht schlecht, aber der ist auch nicht so, der ist auch nicht geil. Ist halt so ein Mittelding, so wie der, weiß nicht, wie der VK-3001P. So ein Mittelding halt. Ja, nochmal dazu gesagt, ich habe jetzt mal Urlaub. Diese Woche ist erstmal frei, finde ich ganz gut. Wird auch darin resultieren, dass ich ein paar mehr Videos aufnehme und hochlade. Tja, und jetzt Dead Transition, was mich auch zum Upload-Plan bringt. Und diesen habe ich gerade leider selber nicht vor Augen, weil ich Intelligenz-Bestier den natürlich, das Bild natürlich gelöscht habe. Aber, ach doch, ich habe es noch hier. So, Montag habe ich natürlich den Recast, logischweise wie ihr heute gesehen habt. Es wird allerdings auch noch ein anderes Video kommen heute. Ich weiß noch nicht genau welches, vermutlich ein VOT-Video. Dienstag Singleplayer am Mittwoch, entweder Warfinder oder VOT, worauf ich gerade Lust habe. Donnerstag ist eine Art Random Day, sprich ich kann mir aussuchen, was ich hochlade. Entweder nichts oder irgendetwas. Freitag, Armut Warfare, Samstag wieder random und Sonntag quasi auch random, allerdings nur auf Wargames bezogen, sprich World of Warships, World of Tanks, War Thunder und Armut Warfare. Jo. Also. Wenn ihr dazu noch Adaptionen hättet oder irgendwie so, was ihr da wissen möchtet, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das ist allgemein so, wenn ich zu irgendeinem Thema einfach absoluten Bullshit erzähle oder genau eurer Meinung anspreche, könnt ihr das gerne in den Kommentaren loswerden und mir einfach mal mitteilen. Denn so werden wir alle miteinander ein bisschen schlauer und ja. So. Egal. Wo war ich denn, ihr Lieben? Aber ich kann auch eigentlich zum nächsten Thema weiterspringen. Und zwar ist das so eine Art neues Videoformat, das ich hochgeladen habe. Das hat angefangen mit einem Heroes & Generals Video, das relativ abrupt entstanden ist, einfach aus ein paar Runden Heroes & Generals. Die witzigsten Szenen einfach rausgefiltert und dann hochgeladen, weil die Runden an sich nicht so sonderlich geil waren. Das Video kam extrem gut an und es hat mir auch wirklich gefallen. Und es ist auch wirklich witzig geworden. Auch das Thumbnail ist gut geworden dazu. Und das würde ich auf jeden Fall mal... Wer jetzt nicht weiß, worüber ich rede, sollte das Video vielleicht vorher mal geguckt haben. Man könnte sich auch... Also das heißt Best of 2 Stunden Heroes & Generals. Ich habe mittlerweile auch ein Best of 2 Stunden Arm of Warfare hochgeladen und auf meiner Festplatte befindet sich noch ein Best of 2 Stunden WOT. Also ihr werdet da auf jeden Fall noch mit Material versorgt. Vor allem das kam halt wirklich gut an. Auch gestern habe ich eigentlich etwas hochgeladen, dass das ja nochmal übertroffen hat. Also fast jeder Fünfte, der sich das Video angeschaut hat, hat einfach mal einen Daumen nach oben gedrückt. Und das ist das World of Tanks Guerilla Replay Fucklife. Also T-H-U-G-L-I-F-E. Äh, das war... Die Runde war auch... Die Runde ist ein Fabian, die ich kommentiert habe und die ist ultra witzig geworden. Ich habe sie ein bisschen mit meinen Special-Effect-Skills bearbeitet. Haha. Nein, ich habe einfach nur PNGs und so eingeblendet und so. Also... PNGs sind ja Bilder, die keinen Hintergrund haben, sondern halt nur das Ding quasi in das Bild geeditet wird. Guckt es euch am besten an, dann wisst ihr auch worüber ich rede. Das Video war glaube ich das in der Woche, wenn das mit Abstand am besten ankam und es ist auch wirklich witzig geworden. Ähm... Ja. Ist einfach so. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich werde mich hier ganz kurz in Szenen davon einblenden. Und jetzt guckt euch das an, wie er den geil trickt. Ich weiß nicht, ob es gewollt war oder... Da, zack. Genau eine Sekunde fährt rückwärts und er schießt daneben, Alter. Ich weiß nicht, ob es gewollt war oder es immer nur luck war. War auf jeden Fall richtig gut. Der UI finischt den off. Dadurch haben leider der UI und er schon mal zusammen neun Kills. So, das war sie auch schon. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und wenn ihr das ganze Video sehen möchtet, dann guckt es euch auf jeden Fall nochmal an. Es ist echt wunderbar, es ist hammerlustig. Ja, das ganze... Also diese Zusammenschnitte werde ich wohl irgendwie von Spielen mittlerweile öfter machen. Weil ich jetzt dazu begangen bin, dass ich einfach während World of Warships oder während World of Tanks oder während Armored Warfare oder sowas. Oder halt auch gerade Heroes & Generals, weil das bietet sich halt sehr gut dafür an. Einfach die Aufnahme durchlaufen lassen und Anfang bis Ende, wie wir spielen, dann am Ende das ganze aufeinanderschneide. Das ist ein bisschen zeitaufwendiger. Und jetzt... Zeit intensiver natürlich. Moment kurz. Und jetzt, wo ich Urlaub habe, ist das kein Ding. Da kann ich mich mal abends um drei da reinsetzen und dann schneide ich dann eben das bis halb fünf oder so. Und danach rendere ich das halt und lade es hoch. Aber das ist halt in der Woche nicht so einfach. Also mit den Videos, da wird nicht mehr als ein, vielleicht zwei pro Woche kommen, wenn überhaupt. Also wenn ich arbeite, muss ich aber gucken, wie ich das mache. Ich habe mir selbst für den Recast mittlerweile die Zeit rausgesucht, eigentlich montags nach der Berufsschule, weil das bietet sich immer an. Die Berufsschule ist in meinem Heimatort. Und da muss ich halt jeweils nicht so weit laufen. Also beziehungsweise habe ich nicht so lange, aber dann dauert es halt nicht so lange, bis ich zu Hause bin. Und dann kann ich halt ganz gut da was aufnehmen. Heute ist allerdings gerade Sonntag um 19.14 Uhr im Moment, indem ich das hier aufnehme. Ich warte eigentlich gerade darauf, dass Ram Heroes & Generals fertig installiert hat. Zu Heroes & Generals komme ich auch nochmal, aber erstmal nochmal weiter zu den Videoprojekten im Moment. Ich glaube einfach, dass diese Art von Video, dieses Best-Off, deutlich kurzweiliger wirkt, als eben ein durchleidiges Display. Bei Spielen wie World of Tanks und Armored Warfare ist ein Let's Play allerdings auch relativ kurzweilig, finde ich persönlich, weil die Runden halt relativ kurz sind und man immer direkt Action hat. Was sowas wie Heroes & Generals angeht, da kann gerne mal so, da kommen mal so 10 Minuten auf, wo es einfach nur Frust ist und mal nur von irgendwas abgeknallt wird. Und da werde ich, ich werde wahrscheinlich Heroes & Generals so als das Spiel nicht Let's Playen mehr. Also zumindest nicht mehr, ich habe ja schon zwei Runden davon aufgenommen. Sondern ich werde es halt wirklich alles auf diese Szenen zusammenschneiden, dass, je nachdem wie viele Videos da rauskamen. Ich versuche, dass diese Videos immer zwischen 10 und 20 Minuten lang sind. Ich weiß gar nicht, ich kann mal ganz kurz mit meinem Ordner gucken, wie groß das WOT-Video geworden ist. Irgendwo hier müsste ich es doch haben. Aber man, ich habe hier zu viele Videos, ich muss ja wieder alles sortieren hier. Ähm, babababa, babababa, irgendwie finde ich es gerade nicht, ich weiß nicht. Hab ich es überhaupt schon gerendert? Doch, ich habe schon gerendert, ganz sicher habe ich schon gerendert. Naja, ist ja jetzt auch egal, ich werde mal im Hintergrund ein bisschen weitersuchen, während ich dann etwas rede. Ähm, ja und dieses Video, dieses Video-Format kommt ja an sich sehr gut an und macht den meisten, die es sich angucken, relativ viel Spaß und das ist ja im Endeffekt auch der einzige Sinn davon. Jo, äh, und je nachdem was ihr davon haltet, könnt ihr mir das ja auch mal in die, ähm, Videobeschreibung reinhauen. Das wäre voll super von euch. Jo, äh, die Videobeschreibung sag ich schon in die Kommentare. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich ja gerade noch das Video suche. Das kann doch nicht sein, dass es hier, da ist es ja, ich habe mich nur vertippt. Das dauert 12 Minuten 32 Sekunden. Immerhin etwas. Das, äh, Armut Warfare war ja ein bisschen länger. Ähm, also bei Armut Warfare und WUT, die werde ich auch definitiv weiter so, let's playen, einfach so aufnehmen, weil das, wie gesagt, das ist es bei den Spielen einfach so, die sind prädestiniert dafür, das zu machen. Weil zwei Runden und du hast halt einfach wirklich eine 15 bis 20 Minuten Folge oder 12 bis 18 Minuten Folge voll und dann ist gut. Bei Warfighter könnte ich mir das mit dem Zusammenschneiden auch relativ gut vorstellen, weil die meisten Runden doch relativ lang sind und wenn man dann zweiter Runden gespielt hat und dann war nur eine Runde davon gut und dann ist die aber zu kurz dafür und dann hast du bei den anderen Runden noch witzige Momente, die du gerne mit einbringen würdest, dann kannst du das natürlich auch einfach richtig gut da reinschneiden und dann im Endeffekt halt dafür benutzen. Und das ist, glaube ich, eine ganz witzige Idee und die werde ich auf jeden Fall so mal weiterverfolgen. Und wie gesagt, ihr scheint, euch teilt es ja auch gut anzukommen und wenn es das, wenn das nicht so ist oder wenn das auch so ist, dann lasst mir doch eure Meinung in den Kommentaren da. Dieses Recasting möchte ich wirklich so als Feedback-Ding auch für euch benutzen und nicht nur um meinen eigenen seelischen Dünnschiss mal rauszuhauen. Ja, so. Ihr könnt auch nächste Woche wahrscheinlich schon relativ am Anfang der Woche auf ein World of Warships-Video freuen, denn heute am Montag, wenn ihr dieses Video guckt, wird der neue World of Warships-Patch online sein, bei dem es möglich sein wird, deutsche Kreuzer und russische Zerstörer zu spielen und die deutschen Kreuzer haben es mir schon ziemlich angetan und ich bin leicht gehypt. Äh, ich werde, ich mache mir keine großen Hoffnung, dass ich da viel weiter als bis Tier 5 oder 6 komme erstmal, weil ich, weil mich das Spiel nicht so fesseln konnte. Es ist für dich ein gutes Spiel, keine Frage, aber es konnte mir nicht so fesseln wie die anderen. Mag auch daran liegen, dass es nicht so viele Leute gibt, die das mit mir spielen und dann, äh, ich bin allgemein nicht so der Typ, wenn es ein Online-Spiel ist, spiele ich es ungern alleine. Und das heißt, da habe ich schon einiges. Okay, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, Heroes and Generals. Heroes and Generals ist, äh, definitiv ein solider, guter Zweiter-Weltkrieg-Shooter und der beste, den ich mit jetzt gespielt habe, aber... Aber es, der, die Progression von wegen, wie schnell man Credits bekommt und sowas ist echt zu langsam. Es dauert so unglaublich lange, bis du Dinge freigeschaltet hast und es ist, man könnte anfangen von Pay-to-Win zu reden. Allerdings hast du natürlich, du hast nicht wirklich so Sachen, du kannst halt alles schneller kaufen per Gold, aber du kannst halt auch alles erspielen. Also es ist jetzt nicht so, dass du einen direkten Nachteil hast, aber es dauert halt wirklich sehr lange. Aber andererseits auch die gerade, sogar eigentlich gerade die Geschlachten von, auf den kleineren Feldern, die du halt am Anfang hast, äh, haben es mir damals richtig angetan. Und die habe ich deutlich lieber gespielt, als die großen Panzerschlachten. Und ich habe auch meinen Panzer IV und so, aber... weiß ich nicht, da war das doch irgendwie geiler. Und das Spiel, also kann man sich definitiv geben und es ist vielleicht kein Spiel, das ich 8 Stunden am Stück spielen würde, aber so für 2-3 reicht es auf jeden Fall. Und da läuft es. Und vor allem ist es relativ klein, das heißt auch jemand mit einer schlechten Inhaltverbindung kann sich halt gut mal saugen. Siehe zum Beispiel RAM. Jo. Ähm, an sich ist es halt, ich weiß nicht... Es ist relativ alt und ich weiß gar nicht, also was ist relativ alt, es gibt es auf jeden Fall schon länger. Alt ist der falsche Ausdruck. Ich kann mal ganz kurz in den Steam Charts gucken, wie weit das Spiel oben ist. Spiele, kostenlos spielbar. Beliebteste... Auf Seite 1 ist es schon mal nicht... Auf Seite 2 ist es fast ganz oben. Direkt unter Path of Exile, direkt über Robocraft. Äh, ist auch so eine interessante Sache. Die beliebtesten Steam-Spiele sind, äh, Dota 2, Team Fortress 2, Warframe, Unturned, Clicker Heroes, Dungeon Defenders 2, Drops, Smite, War Thunder und Adventure Capitalist in der Reihenfolge. Bei Dota, Team Fortress, da war auch keine Frage, dass das irgendwie so ist. Also ich wechsle die Plätze mal, alle paar Tage so ein bisschen hin und her. Tja. So. Äh, was mich allerdings zu einer Frage für euch bringt. Und zwar, ich persönlich, äh, ich werde Darkest Dungeon wahrscheinlich nicht, also ich hab's ja gesagt, ich werde es nicht zu Ende spielen. Ich werde einfach ein paar Teile aufnehmen, je nachdem wie es mir Spaß macht, weil's halt zum Oktober passt. Jetzt kommt die nächste Frage. Was mache ich nach dem Oktober? Ja. Irgendeine Art von Singleplayer wäre schon ganz schön. Die Frage ist nur was. Es sollte kein The Witcher 3 sein, wo ich 400 Millionen Jahre dran sitze, bis es dann fertig ist. Ähm, aber, naja. Ja, ihr wisst ja auch wie ich das meine. Wenn ihr irgendwas passendes findet, dann haut's mal raus. Könnt auch gerne mal ein Retro-Game sein oder so. Haben wir ja auch schon mal gemacht. Jo. Eine Sache hätte ich erst ehrlich noch, über die ich in World of Tanks reden wollte. Und zwar wäre das die Frage, äh, oder beziehungsweise die, ja doch, man kann das Frage nennen, an euch. Welches Format ihr von World of Tanks am liebsten mögt? Ich mein, ich hab jetzt, also wir waren das Beste von dir noch nicht gesehen, aber es ist im Endeffekt dasselbe wie bei Arm of Warfare. Ähm, ob ein normales Let's Play oder ein Let's Replay, sprich die Replays, die ich auch aufgenommen habe, weil das kam ja wirklich sehr gut an. Das kann aber auch daran liegen, dass es an dem, äh, an dem Thumbnail lag oder einfach an diesem Fuck-Life-Thema, das ich daraus gemacht habe. Weil es ja schon, es ist schon relativ witzig, muss ich auch zugeben, äh, mit den ganzen Goldkettchen, Snoop Dogg-Einblendungen und, äh, Fuck-Life-Sornbrillen. Ist schon ganz witzig geworden. Kann man nicht anders sagen. An der Stelle nochmal danke für Fabian, weil du hast mir das Replay damals schon vor Wochen geschickt. Und ich hab's mir jetzt eigentlich mal gegönnt und es ist auch wirklich relativ witzig. Und es ist vor allem auch gut gespielt, keine Frage. Ähm, ja, hab ich mein Handy hingelegt. Da, ich spiel mal während, ich rede mit meinem Handy rum. Ich weiß gar nicht, also ich mach nichts daran, ich bin einfach damit rum. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es würde mich interessieren, weil das kam halt, wie gesagt, das kam ja richtig krass an. Damit hätte ich gar nicht so krass gerechnet, weil ich dachte eigentlich immer Replays sind so das Langweiligere, aber, äh, egal, weil es ja nachkommentiert ist, aber das mag halt auch was davon sein, dass es halt, ähm, wie nenne ich das? Dass es halt so die rausgefilterten guten Szenen sind. Ich hab das jetzt ja nicht geschnitten. Das ist das andere Replay, ich hab's einfach so laufen lassen. Aber, gut, wie gesagt, das würde mich mal interessieren und das könnt ihr mir ebenfalls mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ich weiß, das sag ich viel zu oft. Aber, hey. Na ja, ist noch mein Ellbogen am Stuhl stoßen. Sehr gut. So, ein kleines oder großes Thema muss ich eigentlich auch nochmal aufgreifen und zwar World of Warships. Es kam ja schon eine ganze Weile nichts mehr zu dem Spiel auf meinem Channel. Das sollte aber nicht heißen, dass ich das Spiel abgeschrieben habe. Es ist halt nur so, dass es eben wenige Leute spielen und deswegen, äh, bin ich halt nicht so der Typ dafür. Aber, das Upcoming Update, wenn die Information richtig ist. Also, ich glaube, sie ist richtig, dass am 19. sprich heute 10. erscheint, äh, müsste es ja eigentlich die, äh, oh Gott, die deutschen Kreuzer und die sowjetischen, äh, Zerstörer bringen. Ja, Zerstörer, sowjetische Zerstörer, ja, toll, ja, das interessiert mich nicht so. Ich hab mit den Japanern schon ganz gute gefunden. Aber, hallo, deutsche Kreuzer, da wird aber auf jeden Fall ein bisschen gezockt. Ich habe mir schon an dieser Stelle mal Grüße an The Mighty Jingles, das war eh nie angekommen bei Hey. Ich muss eine Werbung für ihn machen, wenn ich das Video schon als Referenz nehme, äh, mir das Video angeguckt, um zu wissen, wie die so sind. Und, äh, gerade auf die Dresden freue ich mich ziemlich. Ja, 12, 10,5 cm Kanonen, die schnell feuern, sehr genau sind. Und, äh, ja, ist quasi ein St. Louis mit schnellere schießenden Kanonen und ein bisschen weniger Alpha-Schaden. Also, quasi eines St. Louis. Hm. Ja, das wird ganz interessant. Die werde ich mir für jeden Fall mal geben und dazu wird es auch die nächsten Tage ein Video geben. An welchem Tag kann ich noch nicht ganz genau sagen. Aber es sind dann halt so Schiffe wie eben die Dresden oder vor allem die Admiral Hipper oder sowas. Aus 9 und 10 natürlich wieder erfunden, weil es gab nun mal nichts größeres als die Hipper. Aber das ist ja nicht so das Ding. Ähm, ich finde es halt nur, darauf habe ich gewartet oder auf die Schlachtschiffe habe ich auch sehr, würde ich auch sehr warten. Aber das wird ja wohl noch kommen mit den nächsten Updates vermutlich. Und deswegen, da, wie gesagt, da freue ich mich wirklich drauf und das wird auf jeden Fall, äh, video-würdig. Muss das erste Mal reinschnippern und so. Ich bin echt gespannt. Also, ich bin leicht gehypt. Ich glaube ab 5 Uhr, da kann man das Update downloaden. Ich werde mal gucken. Äh, vielleicht schon aus der Nacht. Haha. Mal sehen. Ähm, ihr könnt ja auch schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr euch auf die Schiffe freut. Bei den, äh, Dings, bei den Zerstörern habe ich schon gehört. Die ersten Tier 2, 3, 4 sollen nicht so geil sein, aber danach werden die wohl gut. Bei den Deutschen, die können wohl alles außer, äh, außer viel Alpha-Schaden. Und dafür schießen sie halt schnell. Und das, äh, die Aircraft, äh, mein Gott, das Anti-Aircraft-Rating ist wohl nicht so toll. Außer beim T-1er. Das ist ja relativ egal. Ja, das wird schon ganz interessant. Also ich werde es auf jeden Fall mal geben und ich werde euch auch dazu meine Meinung dann mitteilen. Würde ich mal fast sagen. Jo. Ähm. Ich muss mal ganz was auf dem Desktop sortieren, weil da hat sich gerade was verschoben. Ist natürlich nicht so geil. Ne, da freue ich mich schon drauf, wie gesagt. Und, ja. Äh, bleibt da noch irgendwas, was ich ansprechen wollte? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht. Und ich hätte, ich habe jetzt irgendein Thema total vergessen. Ihr kennt mich, also das wäre ja nichts Neues. Ähm. Ähm. Jo. Ähm. Ah, doch. Eine Sache habe ich noch. So, war ein kurzer Cut. Sorry, ich musste allgemein ein, zwei Mal cutten, weil mich irgendjemand unterbrochen hat. Ach Mensch, Fester. Ja. Das wäre das auch ganz, wäre das ganz nice. Als Autofahrer vielleicht nicht unbedingt. Aber so ist Winter halt, äh, an sich schon was Neues. Und ich mag dieses, dieses Behagliche von der Weihnachtszeit irgendwie. Nicht unbedingt wegen dem weihnachtlichen Kapitalismus von wegen, wer's schenke ich dir, was schenkst du mir. Sondern einfach dieses, äh, ein bisschen alles zur Ruhe kommen lassen. Das Ja einfach so ausklingen lassen. Mag ein bisschen kitschig klingen, aber, äh, warum nicht? Egal, so. Wenn mir das Video ein Ticken zu kurz ist, möchte ich noch was hinten dran hängen. Und zwar ein paar Fragen beantworten, die mir unter Videos gestellt wurden. Ähm, das sammelt sich ja einiges an und ich dachte mal, da, äh, hau ich euch mal ein paar raus. Oder beantworte euch mal ein paar. Da brauche ich übrigens kurz mein Mobiltelefon. Weil da habe ich mir das auf gespeichert gerade eben. Und ich, idiot, lasse das natürlich liegen. Und dann geht natürlich die Bildhamsperre an. Ihr kennt das wahrscheinlich selber. Weil wahrscheinlich nicht. Aber ist auch egal. Ähm. Jetzt muss ich... Ach, es sind ja nur 900 Fotos. Da kann ich ja erstmal nach unten scrollen, bis ich das immer gefunden habe. Aber macht ja nichts. Ähm, ich habe mir das ja ganz ehrlich so ein bisschen aufgeteilt damals, die Fragen, die ich gesammelt habe. Aber hier... Oh, es ist doch... So, ähm, eine Frage, die ich persönlich noch nicht beantwortet habe, ist zum Beispiel... Tadaa, scrollen wir doch mal ran. So. Was gucke ich zum Beispiel für YouTuber, für andere? Und das ist relativ einfach, weil das sind nicht so viele. Ähm, ich bin ein ziemlich großer Peetsmeet-Gucker, muss ich zugeben. Weil mich Hashtag-Aufbruch ein bisschen traurig gemacht hat, muss ich sagen. Aber egal, ich mache Peetsmeet trotzdem noch. Und ich mag auch Hardy noch. So. Läuft. Ähm, ebenso ganz gerne gucke ich The Mighty Jingles. Was, äh, Wargames angeht etc. Das ist ja ein englischer YouTuber. Dürfte wahrscheinlich von euch ein Begriff sein. Ähm, und... Entbroken nicht zu vergessen. Na, in dieser Stelle nochmal Größe. Ähm, ein alter Weggefährte quasi. Jo. Ähm, nächste Frage. Was, äh, hab ich Haustiere? Ähm, wir hatten mal so einen halben Zoo. Mittlerweile haben wir nicht mehr ganz so viel. Ähm, wir haben jetzt zu Hause zwei Katzen und einen Wellensittich. Äh, ich weiß, einen Wellensittich zu halten ist eigentlich nicht so geil. Aber... Sie hat schon zwei Männer überlebt. Haha. Also sie ist quasi die schwarze Witwe. Äh, und auch schon relativ alt. Aber, äh, lieber Vogel. Hat auch keine Verhaltensauffälligkeiten oder sowas. Weil man sich ja logischerweise mit dem Vogel beschäftigen muss. Du kannst ja nicht irgendwie... Naja, ihr wisst es wahrscheinlich selber. Wer Vogel hat, weiß wie er das ist. Und ich hab auch einen Vogel. Das ist aber was anderes. Ähm, und wir haben zwei Pferde. Die haben jetzt nicht zu Hause. Und da wird auch die Frage gekommen. Was sind das für Pferde? Das eine ist ein englisches Vollblut. Das ist die Rennpferderasse. Und das andere ist irgendein Pony-Mischling. Mit, äh, auf jeden Fall die Hälfte Norweger. Was die andere Hälfte ist, weiß ich nicht. Unser Pony ist genauso alt wie ich. 20. Und unser Pferd ist 15. Jo. Ähm, bbbbb. Die Frage, die hab ich schon mal beantwortet. Aber die kommt so oft. Was benutze ich denn für ein Mikrofon? Ich benutze einen T-Bone SC440. Ein günstiges, äh, groß und bahn Mikrofon. Ist ganz cool. Jo. Ähm, was benutze ich für ein Handy? Das hab ich gerade in der Hand. Ein HTC One M7. Und, ja. Ich glaube, das soll erstmal reichen an Fragen, oder? Drei Stück. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich könnte ja nochmal ein FAQ-Special machen. Und wenn ihr noch Fragen habt, die ich noch nicht beantwortet hab, eurer Meinung nach, dann schreibt sie mir doch einfach mal jetzt hier in die Kommentare. Und wenn ihr keinen habt, dann lasst es. Ähm, ja. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, oder? So. Ich muss allerdings... Ich wurde heute... Allerdings, das kann ich auch nochmal erzählen. Eigentlich ist es für euch relativ unwichtig, aber es ist egal. Ich wurde heute von der Technik wieder überrascht über ein neues. Ich hab mir letzte Woche ein neues Effektgerät für meine Gitarre gekauft. Ein Digitec RP355. Weil mein Digitec RP90 kaputt gegangen ist davor. Und das habe ich von Fabian damals empfohlen bekommen. Dann an dieser Stelle nochmal. Danke dafür. Und dieses Ding hat jetzt ein USB-A anschlossen. Da dachte ich mir, hey, schließ nochmal an. Und jetzt bin ich auf eine ganz neue Welt von Töten gekommen. Wer das übrigens nicht kennt, das ist ein Gerät, das quasi mir verschiedene Sound-Presets gibt, zwischen denen ich einfach mit einem Knopfdruck auf eine von diesen Tasten, hat drei Foot-Switches, switchen kann. Und dann kann ich mir die halt alle nochmal individuell anpassen, wie ich das auch immer möchte. Und das kann ich halt einmal über das analoge System auf dem Gerät selber oder halt über das Digitale über den Treiber. Und das habe ich mal gemacht und das ist ja echt awesome. Vor allem kann ich halt das Ding so direkt abhören, brauchst nicht über Klinke anschließen. Weil über Klinke hast du ja doch immer ein paar Störgeräusche. Und das klingt schon echt awesome. Und wenn einer auf neue Gitarre spielt und so was man machen möchte, und da so läuft. Ich glaube das RP255 ist das erste, das mit USB läuft. Aber das, äh, ja. Es kostet sogar doppelt so viel, das RP90. Also ich habe jetzt glaube ich, was habe ich bezahlt? 135 oder so? Ne, gar nicht 125. Und das RP90 kostet glaube ich 70, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das RP255 kostet glaube ich 90 oder 80, äh, quatsch 90 oder 100 oder so. Ja, äh, ob es das für einen wert ist, muss man natürlich selber wissen. So, genug Gitarrenquatsch geredet, weil das verstehen wahrscheinlich eh die meisten von euch nicht. Söderle. Dann, ähm, würde ich mal fast sagen, lassen wir es doch einfach mal hier mit diese Folge gewesen sein. Dann ist sie halt einen kleinen Tick kürzer. Aber das ist ja nicht ganz so schrecklich glaube ich. Ähm, ja, dann kann ich mir auch nochmal sagen, check Facebook und Twitter ab. Das ist natürlich so eine Sache. Aber da kann ich halt immer gut, äh, so News verbreiten, wenn ich mal eben schnell irgendwas loswerden muss. Dann ist das halt da deutlich einfacher, als dass ich ein Video aufnehmen muss. Jo, ähm, Streams werden wahrscheinlich im Laufe der Woche vielleicht auch nochmal kommen. Kann ich noch nicht garantieren. Das kommt immer darauf an, wer abends wie Lust hat, aber mal gucken. Und dann würde ich mal fast sagen, ähm, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne den Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn nicht, vor allem, dann schreibt mir einfach mal, was euch nicht gefallen hat. Jo, dann würde ich fast sagen, einen wunderschönen Resttag für euch alle, die es sich eingeguckt haben bis hierhin. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.